Derby-Stimmung war direkt nach dem Spiel gegen Regensburg schon zu spüren. Es ist eigentlich im Moment nichts außer Vorfreude bei mir. Dieses Spiel ist natürlich etwas anderes als andere Zweitligaspiele. Dass man Emotionen braucht in so einem Spiel, das ist so, ja. Aber man darf sich halt nicht nur von Emotionen lenken und leiten lassen. Das Spiel in der Region, das Spiel des Jahres, das Spiel für uns. Wenn der Spielplan rauskommt, dann ist das erste, dass man guckt, wann ist das Derby. Klaus gegen Leitl, Nürnberg gegen Fürth, Zehnter gegen Zweiter. Was bisher war, zählt nicht, am Sonntag werden die Karten neu gemischt. Es wird ein Abnutzungskampf einfach werden von der ersten Minute und wir müssen bereit sein, alles zu investieren, um gutes Spiel zu zeigen. Und da geht es dann auch nicht immer darum zu sagen, okay, wir müssen über spielerische kommen, sondern da sind vielleicht dann auch mal andere Tugenden gefragt. Ich erwarte ein Spiel, was geprägt ist von Emotionen. Ich erwarte ein Spiel, wo viel Tempo drin sein wird. Ich erwarte ein Spiel, wo beide Mannschaften eine gute Struktur haben werden. Und deswegen freue ich mich darauf, weil das sind Spiele, die Spaß machen. Im Fokus Manuel Schäffler. Die Sturmkante hat zuletzt doppelt getroffen, aber Abwehr ist Trumpf. Stefan Leitl kennt Nürnbergs Nummer 9 aus gemeinsamen Ingolstädter Zeiten. Meine Jungs wissen, was Manu kann. Es gibt auch ein paar Dinge, die Manu nicht so gut kann. Das wissen wir auch. Trotzdem, persönlich freut es mich für ihn, dass er diesen Weg gegangen ist. Und wünsche mir natürlich, dass er am Sonntag nicht trifft. Aber das wird er auch nicht tun, weil wir alles dran setzen werden, dass er nicht trifft. Wir denken schon, dass wir auch jetzt die Chance haben, zu gewinnen. Weil das ist wichtig, dass wir so in dieses Spiel reingehen, in jedes Spiel reingehen, mit der Chance zu gewinnen. Und wir haben den Plan, den haben wir uns zurechtgelegt. Alles bereit für den Showdown. Was bisher war, zählt nicht. Am Sonntag werden die Karten neu gemischt.